David Gerrit, berühmt für seine erfolgreiche Musikkarriere und sein unglaubliches Geigentalent, erlebte in seinem Privatleben einen großen Schock. Kürzlich hatte seine Freundin, die er sehr liebte, einen schweren Autounfall. Der Vorfall, der sich gestern ereignete, versetzte David Gerrits Fan- und Freundesgemeinschaft in Schock und Trauer. David Gerrits Freundin, eine Person mit einem guten Herzen, die ihn stets in seiner Karriere unterstützte, hatte auf einer Hauptstraße einen Unfall. Dieser Unfall verursachte nicht nur schwere Verletzungen bei ihr, sondern hinterließ bei David Gerrit auch große Schmerzen. Quellen zufolge kollidierte ihr Auto mit einem anderen Fahrzeug und obwohl sie sofort in die Notaufnahme gebracht wurde, blieb ihr Zustand ernst. David Gerrit hat in dieser Krisenzeit Widerstandskraft und Stärke bewiesen. Er verbringt seine ganze Zeit damit, sich um seinen Geliebten zu kümmern und mit ihm zusammen zu sein, obwohl sein Arbeits- und Auftrittsplan immer noch von Assistenten und Managern verwaltet wird. Bilder und aktuelle Informationen über den Gesundheitszustand des Mädchens werden regelmäßig in den Medien verbreitet, was dazu führt, dass Fans und die umliegende Community jede Entwicklung verfolgen. Diese traurige Geschichte hat bei der Community, die David Gerrit liebt, Gefühle der Anteilnahme und des Teilens geweckt. Viele Menschen schickten Gebete und Ermutigung in der Hoffnung, dass das Mädchen diese schwierige Zeit überwinden könnte. Trost und Unterstützungsbotschaften von Freunden, Familie und Fans haben dazu beigetragen, dass David Gerrit und seine Freundin sich in dieser schwierigen Zeit nicht allein fühlen. Obwohl die aktuelle Situation immer noch sehr ernst und unvorhersehbar ist, hat David Gerrit bewiesen, dass Liebe und Unterstützung von seinen Mitmenschen in dieser Zeit das Wichtigste sind. Er und seine Freundin stellen sich dieser Herausforderung gemeinsam, im Glauben und in der Hoffnung, dass die schmerzhaften Tage bald vorbei sein werden. Diese Geschichte ist nicht nur eine persönliche Herausforderung, sondern auch eine Erinnerung an die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Wichtigkeit, jeden Moment mit dem Menschen, den man liebt, zu schätzen. David Gerrit, weltberühmter Geiger, zeichnet sich nicht nur durch seine hervorragende Geigentechnik aus, sondern auch durch die Guarneri del Gesù, von 1736, die er besitzt. Gerrits Guarneri del Gesù ist eine der wertvollsten und berühmtesten Geigen in der Geschichte der klassischen Musik. Dieses Instrument wurde von Giuseppe Guarneri, einem der berühmtesten Geigenmeister des 18. Jahrhunderts, gefertigt und gilt nicht nur in Bezug auf die Technik, sondern auch in Bezug auf die Klangqualität als perfektes Kunstwerk. David Gerrit erzählte einmal von seinen Gefühlen, als er diese Guarneri-Gitarre, del Gesù, spielte. Er beschreibt die Gitarre nicht nur als Musikinstrument, sondern auch als unverzichtbaren Teil seines Lebens. Gerrit sagte, der Klang dieser Gitarre gebe ihm ein Gefühl, das sich nicht mit Worten beschreiben lässt. Jedes Mal, wenn die Seite berührt wird, ist der Klang nicht nur klar und zart, sondern enthält auch eine starke emotionale Kraft. Gerrit ist der Meinung, dass die Gitarre eine eigene Seele hat, die eine tiefe Verbindung mit der Seele des Spielers und des Publikums herstellen kann. Laut Gerrit ist es keine leichte Aufgabe, die Guarneri, del Gesù, zu spielen. Um das volle Potenzial der Gitarre auszuschöpfen, muss der Künstler über eine solide Technik und aufrichtige Gefühle verfügen. Gerrit ist davon überzeugt, dass jede Guarneri-Gitarre ihre eigene Persönlichkeit hat und vom Spieler Respekt und tiefes Verständnis erfordert. Er fühlt sich glücklich, die Gelegenheit zu haben, diese Gitarre zu besitzen und zu spielen, und er findet immer Wege, ihren Klang so perfekt wie möglich zu machen. Gerrit betonte auch, dass das Guarneri, del Gesù, von 1736 nicht nur ein wichtiger Teil seiner Karriere, sondern auch ein wertvolles musikalisches Erbe sei. Er schätzt die Gitarre nicht nur wegen ihres künstlerischen Wertes, sondern auch wegen der Geschichte und Tradition, die sie repräsentiert. Jedes Mal, wenn er auftritt, hat Gerrit das Gefühl, eine große musikalische Tradition fortzuführen, und er hofft, dass seine Gitarre auch Generationen von Künstlern und Publikum wunderbare Musikerlebnisse bescheren wird. Für Gerrit ist das Guarneri, del Gesù, nicht nur ein Teil seiner Karriere, sondern auch eine ständige Inspirationsquelle. Für ihn ist jeder Auftritt eine Gelegenheit, neue Möglichkeiten des Instruments zu erkunden und seine tiefsten Gefühle auszudrücken. Für Gerrit ist der Besitz dieses Instruments eine große Ehre und eine treibende Kraft für ihn, kontinuierlich zur Kunst der Geige beizutragen und gleichzeitig das musikalische Erbe zu würdigen, das es repräsentiert. Mit dem Guarneri, del Gesù, im Jahr 1736 bescherte David Gerrit der Welt nicht nur emotionale Darbietungen, sondern trug auch dazu bei, den Wert eines der größten Werke der Geigenkunst in der Geschichte zu bewahren und zu fördern. Gerrits Kombination aus technischer Virtuosität und tief empfundener Emotion schuf unvergessliche Darbietungen, die die Größe des Instruments und die Hingabe des Künstlers bezeugten. Drei Tage nach seinem Geburtstag nahm David Gerrit am ersten Treffen des Guarneri-Clubs, del Gesù, Teil, einer besonderen Veranstaltung, die Besitzer und Spieler berühmter Musikinstrumente des Meisters aus Cremona zusammenbrachte. Dieses Treffen ist nicht nur eine Gelegenheit für musikbegeisterte und Besitzer wertvoller Guarneri-Geigen, del Gesù, sich zu treffen, sondern auch eine Gelegenheit für sie, ihre Leidenschaft und ihr Wissen über dieses Kunstwerk zu teilen. David Gerrit, ein weltbekannter Geiger, verleiht der Veranstaltung durch seine Anwesenheit eine feierliche Note. Mit herausragendem Talent und einem nachgewiesenen Ruf ist Gerrit nicht nur Dirigent, sondern auch Besitzer des Guarneri, del Gesù, eines der prestigeträchtigsten und seltensten Musikinstrumente der Musikgeschichte. Gerrits Anwesenheit steigerte nicht nur den Wert des Treffens, sondern schuf auch eine besondere Atmosphäre, in der die Teilnehmer Kontakte knüpfen und wertvolle Erfahrungen über die Pflege und das Musizieren dieser seltenen Gitarren austauschen konnten. Das erste Treffen des Guarneri-Clubs, del Gesù, fand an einem historischen Ort in Cremona statt, der als Wiege des Geigenbaus bekannt ist. Cremona ist der Ort, an dem Guarneri, del Gesù, einer der großen Namen in der Kunst des Instrumentenbaus, unauslöschliche Spuren hinterlassen hat. Mitglieder des Clubs versammelten sich, um Guarneris Geigen zu bewundern und zu diskutieren, insbesondere die von, del Gesù, die viele als die besten aller Zeiten betrachteten. Dieses Treffen bot den Clubmitgliedern die Gelegenheit, mehr über die Geschichte und Herstellungstechniken der Guarneri, del Gesù, zu erfahren, die Unterschiede zwischen den Modellen zu diskutieren und Erfahrungen über die Erhaltung und Förderung des Wertes dieser Musikinstrumente auszutauschen. David Gerrits Anwesenheit bringt eine neue und aufschlussreiche Perspektive auf die Verwendung von Guarneri-Gitarren, del Gesù, in der Aufführung und wirft mehr Licht auf die Gründe, warum diese Instrumente in der Musikwelt so hoch geschätzt werden. David Gerrits nahm nicht nur an Diskussionen über Techniken und Geschichte teil, sondern hatte auch die Gelegenheit, mit anderen Besitzern zu interagieren und seine persönlichen Erfahrungen beim Spielen des, del Gesù, auszutauschen. Seine Geschichten und Erfahrungen bereichern nicht nur das Gespräch, sondern schaffen auch einen Raum der Inspiration und des Lernens für alle anwesenden Mitglieder. Kurz gesagt, das erste Treffen des Guarneri, del Gesù, Clubs war nicht nur ein wichtiges Ereignis für Besitzer und Spieler von Guarneri-Instrumenten, sondern auch eine Gelegenheit, das musikalische Erbe zu feiern und zu pflegen, das Guarneri, del Gesù, hinterlassen hat. Die Anwesenheit von David Gerrits machte dieses Treffen zu einem unvergesslichen Ereignis und brachte allen Teilnehmern viel Freude und wertvolles Wissen. Guarneri, ein bekannter Name in der Welt der klassischen Musikinstrumente, prägte Gerrits Karriere mit zwei einzigartigen Gitarren. Insbesondere die zweite Guarneri-Gitarre, mit der Gerrits regelmäßig auftritt, ist ein wichtiger Teil seiner musikalischen Reise. Bevor er mit seinem aktuellen Instrument Erfolg hatte, hatte Gerrits die Gelegenheit, die Guarneri 1734, Prinz Doria, zu verwenden, ein exquisites Werk des berühmten Geigenbauers Antonio Guarneri, einem der Meister der Geigenbautechnik. Dieser Guarneri 1734, Prinz Doria, ist nicht nur ein eigenständiges Kunstwerk, sondern trägt auch eine reiche und wertvolle Geschichte in sich. Das 1734 gefertigte Instrument hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem Symbol für Perfektion im Geigenbau entwickelt. Mit seinem hervorragenden Klang und seiner ruhigen Schönheit ist, Prinz Doria, zur idealen Wahl für Spitzenkünstler wie Gerrits geworden. Gerrits Zusammenarbeit mit dem Guarneri 1734, Prinz Doria, war ein wichtiger Teil seiner musikalischen Reise. Gerrits wurde dieses Instrument von Greg Alf und Sota Nakajawa über die Fondazione Museo del Violino in Cremona, einem renommierten Zentrum für die Konservierung und Erforschung klassischer Musikinstrumente, geliehen. Die Unterstützung durch die Fondazione Museo del Violino verschafft Gerrits nicht nur Zugang zu wertvollen Musikinstrumenten, sondern trägt auch zur Pflege und Bewahrung des musikalischen Kulturerbes bei. Wenn Gerrits die Guarneri 1734, Prinz Doria, verwendet, genießt er nicht nur den hervorragenden Klang, sondern fühlt sich auch mit der Geschichte und den Traditionen der großen Geiger seiner Zeit verbunden. Jede Note, die Gerrits auf diesem Instrument macht, trägt ein Stück seines langjährigen musikalischen Erbes in sich und schafft ein einzigartiges und tiefgreifendes Musikerlebnis. Die Kombination von Gerrits und den Guarneri 1734, Prinz Doria, ist ein Beweis für die Schnittstelle von Tradition und Moderne in der Welt der klassischen Musik. Gerrits hat mit seiner ausgefeilten Technik und seinem musikalischen Gespür die Schönheit dieses Instruments hervorgehoben und gleichzeitig den Wert des musikalischen Erbes, das es repräsentiert, bewahrt und gefördert. Der zweite Guarneri, mit dem Gerrits heute regelmäßig auftritt, ist nicht nur ein Musikinstrument, sondern auch ein Symbol für die Verbindung zwischen Künstlergenerationen und dem großen musikalischen Erbe der Vergangenheit. Durch die Verwendung wertvoller Instrumente wie der Guarneri 1734, Prinz Doria, stellt Gerrits nicht nur sein Talent unter Beweis, sondern trägt auch zur Pflege und Entwicklung klassischer Musiktraditionen bei. Diese Kombination hat wundervolle und unvergessliche musikalische Momente geschaffen und einen tiefen Eindruck in den Herzen von Musikliebhabern auf der ganzen Welt hinterlassen. Tully Potter, der berühmte Musikkritiker, widmete einen großen Teil seiner Memoiren der Bewertung und Analyse der Karriere von David Gerrits, dem international bekannten Geiger. Gerrits, der als einer der führenden Geiger des 21. Jahrhunderts gilt, zeichnet sich nicht nur durch sein musikalisches Talent aus, sondern auch durch die harten Herausforderungen, denen er im Laufe seiner Karriere ausgesetzt war. Potter beschrieb ausführlich die Schwierigkeiten, mit denen Gerrits beim Geigenspiel konfrontiert war, einem Instrument, das bekanntermaßen äußerst schwierig zu spielen ist und ständiges Üben erfordert. Laut Potter ist die Geige mehr als nur ein Musikinstrument. Es ist eine große Herausforderung für jeden Künstler. Das Stimmen des Klangs, die richtige Stimmung des Instruments und die feine Technik, die für jede Note erforderlich ist, machen die Geige zu einem nahezu unschlagbaren Musikinstrument. Potter weist darauf hin, dass die Geige Perfektion bis ins kleinste Detail erfordert, von der Art und Weise, wie das Instrument gehalten wird, über die Position der Finger bis hin zur Art und Weise, wie sich der Bogen bewegt. Diese Anforderungen erfordern nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch Geduld und die Fähigkeit, körperliche und geistige Schmerzen zu ertragen. Obwohl diese Schwierigkeiten viele Künstler zum Aufgeben veranlassen würden, weigerte sich David Gerritte, aufzugeben. In seinen Memoiren betonte Potter die Hartnäckigkeit und mentale Stärke von Gerritte, der die Folterungen überlebte, die er sich selbst auferlegte. Gerritte stand vor unzähligen Herausforderungen, von der Verfeinerung seiner Technik bis hin zur Aufrechterhaltung der Konzentration bei langen und anstrengenden Auftritten. Potter beschreibt Gerritte als einen Krieger, der körperliche und geistige Schmerzen überwand und sich dennoch einen widerstandsfähigen Geist und eine starke Leidenschaft für Musik bewahrte. Potter hört nicht damit auf, die Strapazen zu beschreiben, die Gerritte durchgemacht hat, er analysiert auch die Auswirkungen dieser Herausforderungen auf Gerritte's Leben und die Menschen um ihn herum. Laut Potter arbeitete Gerritte nicht nur hart daran, musikalische Perfektion zu erreichen, sondern beeinflusste auch die Menschen um ihn herum mit seiner Strenge und Disziplin. Dies schafft ein stressiges Arbeitsumfeld, fördert aber auch Wachstum und Kreativität. Trotz der Schmerzen und Nöte, die er ertragen musste, bewies Gerritte, dass die größten Herausforderungen zur treibenden Kraft für den Erfolg werden können. Potter kam zu dem Schluss, dass David Gerritte trotz der Folter, die er sich selbst auferlegt hatte, alles mit Mut und Entschlossenheit überstanden hat. Die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die Gerritte gemeistert hat, sind nicht nur ein Beweis für seine Durchhaltefähigkeit, sondern auch eine Inspiration für junge Künstler, ihrer Leidenschaft trotz aller Hindernisse nachzugehen. Potter behauptet, dass die Geige zwar ein fast unmögliches Instrument sei, Gerritte jedoch bewiesen habe, dass man das scheitern seiner ersten Ehe. Kostners frühe Ehejahre mit Cindy Silva waren von gegenseitiger Liebe und Unterstützung geprägt. Doch als sein Star aufstieg, begann sich sein Privatleben zu entwirren, was schließlich zu einer kostspieligen und öffentlichen Scheidung führte, die die öffentliche Wahrnehmung des Schauspielers eine Zeit lang veränderte. Kevin Kostner lernte Cindy Silva 1975 während ihrer Studienzeit an der California State University Fullerton kennen. Silva war auffallend attraktiv und wurde oft mit Schneewittchen verglichen, das sie in einem Sommerjob in Disneyland darstellte. Sie fühlten sich auf Anhieb sehr verbunden und heirateten drei Jahre später. In diesen ersten glücklichen Jahren schienen sie ein Musterpaar zu sein, das junge Liebe und gemeinsame Träume verkörperte. Als Kostners Karriere in Schwung kam, wuchs auch die Familie. Im Laufe der Ehe bekam das Paar drei Kinder. Anni im Jahr 1984, Lilly 1986 und Joe im Jahr 1988. Kostner, ein aufstrebender Hollywood-Star, war aufgrund seiner Dreharbeiten häufig von zu Hause weg, was Silva, die sich um das Familienleben kümmerte, sehr belastete. In dieser Zeit wurde die Beziehung der beiden auf die Probe gestellt, indem sie die Anforderungen seiner aufstrebenden Karriere mit den Verpflichtungen des Familienlebens in Einklang brachten. ... ... ... ... ... ...